Okay, jetzt werden wir quasi den ganzen Aufbruch zum Spielen üben und ich spiele das vor. Eins, zwei. Okay, es gab Pausen, wo die Trompeten ein A spielen, aber die haben Ventilen und Plus-Horner haben keine Ventilen. Das heißt, wir machen Pause, wo die Plus-Horner das A spielen. So, ihr seid jetzt dran. Eins, ich wünsche euch schon mal auf, guter Winkel. Eins, zwei, los geht's. Eins, eins, zwei, zwei. Eins, eins, zwei, zwei. Eins, 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 eins. Pause, 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 Pause. Zwei, zwei, Pause, Pause. Eins, eins. Das war okay. Noch mal üben. Ich spiele vor. Eins, zwei, los geht's. Pause, 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 Pause. Pause, Pause. Ihr seid dran. Mundstück auf die Lippe. Mundstück auf die Lippe. Winkel. Eins, zwei, los geht's. Eins, eins, zwei, zwei, eins. Eins, zwei, zwei, eins. Eins, eins, eins. Pause, 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 Pause. Zwei, zwei, Pause, Pause. Eins, eins. Ja, das brauchen wir zum Üben, sodass, wenn wir gemeinsam spielen, es gut zusammenklingt. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.